Hallo, hallo, siehe mir jetzt, der Kaiser am Land ist. Eine Art Oper in vier Bindern, es dreht ihn auf. Kaiser Oberland von Atlantis in einer Person, die man schon seit Jahren nicht gesehen hat, denn er ist jetzt ein Riesenpalast angeschlossen, ganz allein, um bessere Bier zu können. Der Knoller hat nicht ganz viel zu erschreiten, wie das Joanno. Der Lautsprecher, den man nicht sieht, nur hört, wie ein Soldats und ein Mädchen. Der Knoller hat als ein abgedachter Soldat und Hakekin, der unter Tränen laden kann. Das ist das Leben. Das erste Bild spielt Irgendwo. Tot und Hakekin sitzen im Ausgelegen. Das Leben, das nicht mehr lachen. Das Sterben, das nicht mehr weigetan, in einer Welt, die verlernt hat, am Leben sich zu freuen und des Todes zu sterben. begründet Untertitelung des ZDF, 2020